Bilder, die meinen inneren Eisbären glücklich machen. Wie clean kann man bitte Farben auftischen? Und warum sieht diese Wurzel aus, als wäre sie straight up aus Minecraft? Das macht mir Angst. Seit wann kann Schnee bitte eine Rutsche runterrutschen? Also jetzt mal ernsthaft, ist das überhaupt Schnee? Hier schon wieder passiert, wie geht sowas? Und diese Müsli-Ringe sind anscheinend farbig ansortiert. Wer auch immer so viel Zeit hat, ne? Und das ist ab jetzt für mich der beste Brunnen, den es jemals gab. Das sieht erst aus wie ein Eisklotz oder so. Da ist anscheinend ein Minecraft-Chunk zu Ende oder so. Und da wollte wohl ein Supermarkt-Mitarbeiter der Supermarkt-Mitarbeiter des Jahres werden. Junge, das war ein Zungenbrecher. Das sieht halt einfach nur clean aus. Und dieser Schneemann ist so clean. Das ist schon fast illegal. Safe, dieser Kuchen schmeckt ekelhaft, aber er sieht gut aus, deswegen kaufe ich ihn. Und das muss Photoshop sein. 100 Prozent.